Peter Wurm, FPÖ, setzt fort. ...regierung. Ja, die ganze Geschichte in Steyr, MAN, ist natürlich kein Ruhmesblatt, weder für die Sozialpartnerschaft, muss man sagen, Gewerkschaftskammer, aber natürlich auch kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung, auch nicht für die Wirtschaftsministerin und für den Arbeitsminister, beides ja ÖVP, wie wir wissen. Und es ist heute schon viel gesagt worden, ich versuche einmal ein bisschen zusammenzufassen, weil Zusammenhänge sollte man vielleicht schon noch einmal klarstellen. Ein Wunder wird es nicht geben, das muss man auch einmal hier ganz deutlich sagen, aber gewisse Zusammenhänge sind vielleicht schon interessant. Es wurde auch schon erwähnt, einer der Hauptaktionäre von VW, das ist ja der Eigentümer von MAN, ist natürlich das Land Niedersachsen. Da gibt es traditionell einen roten Ministerpräsidenten, also die ehemalige Sozialdemokratie dürfte international auch nicht mehr allzu gut vernetzt sein. Und es gibt bei VW, soweit mein Wissenstand ist, einen Aufsichtsratsvorsitzenden aus Oberösterreich, aus Traun, der von sich immer behauptet, sehr, sehr gute Beziehungen zur Landespolitik, sowohl zu rot als auch zu schwarz zu haben. Jetzt frage ich mich schon, wer mit dem gesprochen hat oder was da im Grunde genommen passiert ist. Summa summarum, wir haben hier mit Steyr im Prinzip einen Lkw-Standort, wo vor 100 Jahren der erste Lkw produziert wurde. Und Steyr wird möglicherweise auch ein Opfer der Europäischen Union sein. Ich sage es auch einmal so deutlich, um den Zusammenhang auch klarzumachen, weil wenn halt die Produktion nach Polen geht, dann einfach deshalb, weil es in Polen billiger ist. Und ob das im Sinne des Erfinders ist, wage ich auch einmal zu bezweifeln. Vor allem hilft es in Österreich und in Oberösterreich, in Steyr, den Arbeitern und Angestellten nicht. Und das muss man schon auch einmal hinterfragen. Wir haben ja gerade großmundig angekündigt, auch vom Bundeskanzler, das Corona-EU-Hilfspaket mit gigantischen 700 Milliarden Euro. Da sollten eigentlich anteilsmäßig, wenn man es ungefähr hernimmt, 2 Prozent zumindest für Österreich drinnen sein. Kurze Kopfrechnung, das sollten 14 Milliarden sein. Wir bekommen in Österreich 3,5 Milliarden. Ist doch ein kleines Ungleichgewicht meiner Meinung nach. Aber es gehen viele Milliarden nach Polen. Unter dem Titel, das ist ja auch interessant, weil wir haben ja einen Lkw-Standort hier, Produktionsstandort. Und diese EU-Geschichte mit 700 Milliarden diente ja vor allem unter dem netten Titel Digitalisierung und Klimaschutz. Ja, da passt halt Steyr und Lkw-Produktion jetzt vielleicht möglicherweise schlecht hinein. Auch die Stimmung, und der Kollege Deimek hat es ja schon erwähnt, die halt jetzt seit Jahren, und Sie sind ja nicht zufällig auch mit einer grünen Fraktion in gemeinsamer Koalition, Herr Bundeskanzler, dass man halt eben gegen Lkw oder Autos und diese ganze Geschichte auch ein bisschen immer wieder negativ auftritt, wird der Sache in Steyr auch nicht unbedingt geholfen haben, sage ich einmal. Und summa summarum bleibt eigentlich wahrscheinlich hier nur mehr ein Scherbenhaufen übrig, außer es gelingt ein kleines Wunder, auf das ich hoffe. Und wir werden auch in unserem Rahmen mithelfen, dieses Wunder möglich zu machen, um Steyr zu erhalten, weil in Wahrheit, und das sollte man auch einmal erwähnen, alles, was von Greenjobs auch immer angekündigt wird in eben den ominösen Pressekonferenzen, das spielt sich grundsätzlich in Asien ab, vor allem auch in China. Da wird der Großteil auch an Photovoltaikanlagen und sonstigen Dingen produziert. Also wir haben schon jetzt nicht nur, da will ich den Bundeskanzler in Schutz nehmen, sogar nicht nur in Österreich ein Problem, sondern auch europaweit ein Problem, dass hier offensichtlich diese Old Economy offensichtlich nicht mehr zählt. Und wir, sage ich einmal, ein bisschen ein Spielball geworden sind der anderen Großmächte und auch der Konzerne. Und da, und jetzt komme ich zum Punkt, versuchen wir zumindest als Freiheitliche einen klaren Gegenpol auch zu setzen. Wir stehen ganz eindeutig auf Seite der Arbeit und der Angestellten. Wir stehen auf Seite einer österreichischen Industrie. Wir stehen auf Seite der österreichischen Wirtschaft. Und man muss ab und zu auch einmal Grenzen aufzeigen, was die Internationalisierung betrifft. Und in letzter Konsequenz ist es natürlich eine Machtprobe und ein Pokerspiel. Wohin geht diese ganze Industrie? Wohin gehen die Arbeitsplätze? Und jetzt fasse ich zusammen und beginne mit einem Entdeut, wo ich begonnen habe. Das Ganze ist natürlich kein Ruhmesblatt für diese Bundesregierung, auch nicht für den Bundeskanzler. Und sollte Steyr und MAN verloren gehen, dann, Herr Bundeskanzler, sollten Sie sich auch das umhängen. Und zwar ganz persönlich. Danke. Peter Wurm von der FPÖ wundert sich, dass die lokale Politik in Oberösterreich nicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des VW-Konzerns wegen MAN Steyr gesprochen habe. Dieser heißt Hans-Dieter Pötzsch. Er ist das Trauen in Oberösterreich gebürtig.